Aber sehr geehrter Herr Onkels, sehr geehrter Herr Kohlmeier, leisten Sie Ihren Beitrag und machen Sie in Nienburg und Umgebung grün. Seien Sie selber fortbildet, zeigen Sie, dass das, was Sie schon lange wissen, funktioniert. Investieren Sie nachhaltig, endlich mal, in den öffentlichen Personalverkehr. Veranlassen Sie, dass die Umversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Sie sehen doch, wie viele hier sind und wir, die sich alle gerne behelfen, wollen das alle, also tun es auch genauso Bürger der Stadt wie alle anderen.